So, hallo, es ist halb drei, es geht weiter mit dem nächsten Vortrag. FreeBSD, the power to serve a community. Ich darf euch vorstellen den Benedikt Reuschling von der, wie man eben gesagt hat, von der FH Darmstadt, nicht von der TU, wie es im Netz zu lesen ist. Er ist Laboringenieur, habe ich gelesen, Computerscience hat er studiert, Spezialist für Datenbanken, administriert so einen Big Data Cluster und beschäftigt sich mit ZFS. ZFS ist bei FreeBSD Committer seit 2010 und macht FreeBSD seit Version 5.2.1, also schon recht lange. Ja, ich wollte es ja nicht so deutlich sagen. Er wird ein bisschen was erzählen am Anfang über FreeBSD, für die, die es noch nicht kennen, was es ist, wozu man es so braucht. Und dann zu sprechen kommen darauf, wie es beim FreeBSD Projekt läuft, wie man diese Community am Laufen hält und erfolgreich führt. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen. Freue mich, dass so viele den Weg hierher gefunden haben. Auch am dritten Tag kann es manchmal schon so ein bisschen so einen kleinen Einbruch in der Anwesenheitsliste geben. Das ist so der Überblick, was wir vorhaben oder was ich vorhabe zu berichten. Der Anfang ist erstmal so ein bisschen, worum geht es überhaupt, was ist das Projekt, wo sind so die Feinheiten, die Features. Das ist aber nicht alles, weil das wird dann sehr technisch, könnte man natürlich auch machen, aber die meisten sind dann doch so ein bisschen an dem Drumherum interessiert, das ganze Community drumherum. Wie funktioniert das? Wie sind wir so organisiert? Weil wir uns da an manchen Stellen auch sehr stark unterscheiden von anderen Projekten dieser Art und dann auch so ein bisschen die Supportstrukturen dahinter. Wie funktioniert das Ganze? Wo kommt das Geld auch rein oder wo geht es wieder hin? Und dann nochmal zur Zusammenfassung am Schluss, wo wir auch ein bisschen Überblick bekommen, wie man auch mitmachen kann und das Ganze auch wieder belebt. Kann ich mal rumfragen, wer hat das denn schon mal gehört, FreeBSD, vielleicht in den jungen Jahren? Oh wow, mein Job ist erledigt, kann gehen. Das ist ganz gut, weil dann muss ich nicht von allem komplett neu anfangen, aber so ein paar Sachen ist, glaube ich, auch als Update ganz gut, dass die Leute vielleicht die fünf Jahre Pause gemacht haben oder so mal wissen, worum es mittlerweile geht oder was wir gerade so Sachen bearbeiten. Da kann man gerne mal wieder einsteigen. Also worum geht es überhaupt? Das FreeBSD-Projekt ist ein recht altes Projekt, ist entstanden in der Commuter Systems Research Group, der University of California in Berkeley. Wow, da habe ich schön auswendig gelernt. Und das war damals so wirklich die Urzeit der Unix-Entwicklung, wo es noch kaum Sachen gab, die wir heute als gegeben hinnehmen. Und diese Gruppe hat sich quasi dort an der Universität darum gekümmert, um das gerade frisch entstandene Unix von Koenig & Ritchie weiterzuentwickeln und auch eine komplette Distribution daraus zu strecken. Das war also quasi damals schon ein Novum, dass man das quasi als Komplettpaket rausgegeben hat. Und viele andere Universitäten haben nicht nur dieser Forschungsgruppe ihre Patches übermittelt, alles noch auf Bändern damals, graues Uhrzeit der Computertechnik, sondern die haben auch dafür gesorgt, dass viele Entwicklungen, die wirklich heute Standard sind mittlerweile, dass die dort überhaupt erst entstanden sind und dort wirklich ihren Ursprung haben. Also das TCP natürlich, das BSD, die TCP ist heute noch bei uns im Einsatz, wer hätte es gedacht, aber auch so Sachen wie Socket API, dass ich wirklich auch über das Netzwerk zugreifen kann, Job Control, dass ich Control-Z drücken kann und da meine Programme in den Hintergrund versetzen kann, FTP, Sendmail, da spricht man natürlich über viele schöne Dinge, die man heute vielleicht nicht mehr so haben will. V.I. ist dort entstanden, also Bill Joy hat das sozusagen der Community beschert und das ging dann so weiter bis in den 1980er Jahren. Das ist natürlich dann auch mit Netzwerkfunktionalität ausgestattet worden über die Jahre. Also viele Leute haben da beigetragen, auch so in den ersten Zeiten des damals noch sehr universitär gehaltenen Universitätsinternets, wo wirklich nur die Universitäten an diesem Netzverbund teilgenommen haben. Und irgendwann hat sich die Universität dann gesagt, wir sind eigentlich eine Universität und kein Softwareentwicklungsunternehmen, könnt ihr vielleicht mit eurer Entwicklungsgruppe raus aus dem Universitären, weil mittlerweile auch nicht nur das System vertrieben wurde, auch dann Support teilweise an die Universität herangetragen wurde. Also könnt ihr bestimmte Features umsetzen oder Bugfixes machen. Das hat dann natürlich diese Research Group gern gemacht, aber irgendwann waren die so beschäftigt und eigentlich hatten die ja einen Lehrbetrieb zu machen. Und deswegen wurde es seit 1995 als Open-Source-Projekt auf dieser 4BSD-Lite-Lizenz veröffentlicht. Daraus haben sich dann drei Projekte abgespalten. Einmal das FreeBSD-Projekt, das NetBSD-Projekt und OpenBSD. Ein bisschen später aus dem NetBSD-Projekt abgeleitet und die sind eigentlich heute noch aktiv und treiben das auch weiter vor. Und es gibt weiterhin auch regen Code-Austausch zwischen diesen Projekten. Also die sind nicht so, dass die jetzt komplett fremd wären, sich gegenseitig und nicht mehr Code gegenseitig austauschen würden, sondern da herrscht trotzdem weiterhin ein reges Geben und Nehmen, sag ich mal. Das ist so ein bisschen der ganz große Überblick, was ist es überhaupt, also worum geht es und welche Unterstützung bietet FreeBSD. Also FreeBSD, muss man wissen, ist ein vollständiges Betriebssystem. Es ist nicht nur ein Kernel, wo irgendjemand eine Distribution daraus gebastelt hat, sondern es ist alles aus einer Hand. Wir entwickeln nicht nur den Kernel, wir entwickeln die Userland-Libraries, wir entwickeln die Syscalls selber. Also es ist alles von den gleichen Leuten. Die ganzen Userland-Utilities sind auch von denselben Personen und das macht das Ganze natürlich zu einem runden System, das aufeinander abgestimmt ist und was auch miteinander funktioniert und wo nicht plötzlich irgendwie eine Grenze ist zwischen einer Kernel-Entwicklung und einer Distributionsentwicklung, die dann vielleicht nochmal eigene Ideen haben. Und es gibt auch keinen so einen, ja ich nenne es mal Wildwuchs, wo es tausende von Distributionen gibt, die sich um den gleichen Kernel drehen, sondern wir haben eigentlich alle ein sehr kohärentes System, das sehr stark zusammenhält und da auch relativ wenig geforkt wird. Also klar gibt es ab und zu mal Bestrebungen und auch Projekte, die sich von FreeBSD abspalten und so ein eigenes Ding machen, aber der Hauptentwicklungskern, der Entwickler ist trotzdem immer noch im Kern FreeBSD. Dann unterstützen wir so ein bisschen Architekturen, da sind vielleicht manche bekannt davon, manche vielleicht weniger. Also so die Intel und AMD, das ist auch so FreeBSD-Steckenpferd, seit es sich damals aus der Universität ausgegründet hat. Das ist so das System gewesen, auf dem die sich quasi weiterentwickelt haben und gesagt, dafür wollen wir schwerpunktmäßig unseren Support drauf leisten. Na gut, die 32-Bit-Systeme, die sind mehr oder weniger am Aussterben, aber hier und da findet man sie noch und ab und zu gibt es auch Bedarf, die weiterzuentwickeln. Die ARM-Systeme dieser Welt, wir haben immer eine recht große Entwicklungskonferenz in Cambridge und genau in dem gleichen Gebäude, wo der Raspberry Pi auch entwickelt wurde, ein Stockwerk drüber quasi, haben wir da unsere Entwicklungskonferenz oder eine davon, die ist im August und da ist es natürlich sehr schön, weil man dann einfach diese Synergieeffekte nutzen kann, wenn man schon mal vor Ort ist, dann auch diese ARM-Leute mit an Bord zu holen. MIPS ist auch eine große Entwicklungsschiene, weiterhin die Beagleborn Blacks dieser Welt und natürlich als ganz neues Ding RISC-V, was auch aus Berkeley stammt, diese Entwicklungsarchitektur, da könnte man eigentlich einen komplett eigenen Talk drüber halten, aber da gibt es andere, die das besser können. Da gibt es auch YouTube-Videos dazu, also RISC-V ist so ein bisschen der freie Arm-Nachfolger, wobei die das nicht gerne hören, vielleicht nicht sogar von mir. Also RISC-V ist eine Architektur, die man sich auf jeden Fall mal auch als Hacker oder Hackerin, Hexe angucken sollte, weil es wirklich alles quelloffen ist und man da auch demnächst Implementierung finden wird und da wollen wir natürlich auch auf den Zug aufspringen und uns an der Entwicklung beteiligen. Dann gibt es eine ganze Menge von Third-Party-Anwendungen, für die wir uns auch verantwortlich zeigen. Das heißt, wir portieren Software wie den Firefox, alles Mögliche, was man sich so denken kann, was man so braucht als Entwickler und die sind sozusagen in unserer Ports-Collection vereint. Das heißt, ich kann einfach in meiner Ports-Collection sagen, bitte installiere mir diese Software, entweder als Paket oder als kompiliertes Binary und diese Ports-Collection wächst eigentlich ständig an, weil es viele Leute eben gibt, die das maintainen und auch gerne ihre Software da drin sehen wollen und das möglichst einfach machen wollen, den Leuten zur Verfügung zu stellen. Also wir haben fast unheimlich eine Menge, ich habe nachher eine Liste an Teilnehmern in einzelnen Subprojekten, das sind bei Ports eigentlich die meisten Entwickler tätig, die halt mal so ab und zu ein paar Patches schicken, wo halt die aktuellsten Softwarestände mitgeliefert werden und dann kann man auch sicher sein, dass also Firefox und so Sachen, die sind natürlich immer ständig aktuell, auch die Nightly Builds sind da mit enthalten. Aber auch die kleinste Library, wo noch nie jemand was von gehört hat, die hat halt irgendeinen Liebhaber, die halt innerhalb den Ports sich wiederfinden will und das wird dann halt von einem gehegt und gepflegt und da sind wir auch sehr dankbar dafür. Dann gibt es eine große Menge an Dokumentationen, wir haben auch ein großes Textbuch, das nennt sich Design and Implementation of the FreeBSD Handbook, das ist von drei unserer etwas bekannteren Autoren oder FreeBSD Kernelentwicklern geschrieben und die versuchen das auch immer anzupreisen, das ist auch ein recht dicker Wälzer und die haben dann immer so die Probleme, ja, aber das Handbuch ist doch so toll, mir reicht doch alles. Also das Handbuch wird sehr gelobt, was wir haben, weil da wirklich alles drinsteht, von der Installation über Konfiguration, über Netzwerkeinrichten, über Server betreiben und auch das ist aus einer Hand. Die Leute, die das geschrieben haben, sind diejenigen, die auch die mehr oder weniger die Software entwickelt haben dazu. Also das ist wirklich aufeinander abgestimmt und man kann wirklich davon ausgehen, dass das, was da in diesem Handbuch drinsteht, mit Vorsicht zu genießen. Nein, das ist alles wirklich von den Leuten aufeinander abgestimmt und es funktioniert auch so, wie es da drinsteht. Also ich kann das Handbuch eigentlich von vorne bis hinten durchlesen und weiß dann hinterher relativ viel Bescheid. Es ist nicht nur eine reine How-To-Sammlung, sondern es steht auch drin, warum es bestimmte Sachen gibt im System und warum die so sind, wie sie sind. Also die haben eine Historie, die haben teilweise einen Entwicklungsstand, den sie heute haben und das ist auch interessant, weil man da, wenn man Unix, ja, wenn man sich mit Unix beschäftigt, beschäftigt man sich auch gleichzeitig mit Computerhistorie. Und dadurch merkt man auch, warum manche Dinge so sind, wie sie nun mal heute sind, zum Guten wie zum Schlechten. Und das versuchen wir auch in diesem Handbuch so ein bisschen wieder zu spiegeln. Dann haben wir der FAQ, Man-Pages natürlich. Also das ist alles vorhanden. Teilweise auch übersetzt. Also die Japaner möchten dann doch gerne japanische Man-Pages haben und keine englischen. Da gibt es halt dann doch immer so ein paar landesspezifische Besonderheiten. Ich kann sagen, ich bin selber an diesem deutschen Handbuch beteiligt. Das ist recht aktuell. Und man kann da auch gerne mal die deutsche Handbuchseite lesen, wenn man da vielleicht im Englischen nicht so mächtig ist. Das könnt ihr gerne auch in Deutsch bekommen. Es gibt die unternehmensfreundliche BSD-Lizenz, die natürlich immer auch so ein bisschen gepriesen wird. Das heißt, die BSD-Lizenz, die besagt, dass auch gerne Entwicklungen geheim gehalten werden können. Also wir sind da nicht raus, dass die Firmen sozusagen die bestimmte Features entwickeln und die gerne im Unternehmensbereich haben möchten und die nicht rausgeben wollen, weil es deren Secret-Source ist, dass die unbedingt wieder in die Freiheit gegeben werden müssen. Das ist so ein bisschen immer Diskussionspotenzial, das weiß ich. Aber für viele Firmen ist es einfacher zu sagen, ja, wir geben unsere Appliance oder wir geben unsere Hardware-Plattformen, betreiben wir mit BSD-Software, weil wir da nicht so gebunden sind, bestimmte Teile, die wir selbst entwickelt haben, wieder zurückzugeben. Natürlich gibt es viel Software, die zurückgeliefert wird, auch von großen Firmen, die dann sagen, ja, es ist uns lieber, wenn ihr das selber weiterentwickelt. Wir haben unsere Features, die wir haben wollen. Dazu komme ich dann gleich nochmal und geben uns dann auch die Möglichkeit, diese Features, die nicht sozusagen nur der Firma helfen, sondern auch der Allgemeinheit gültig sind. Das ist natürlich eine TCP-Verbesserung, die ist eigentlich für jeden hilfreich und nicht nur für die Firma. Dann kann es an der Stelle wieder von uns weiterentwickelt werden. Wir haben eine sehr gute Integration von D-Trace und OpenZFS. Das hat einige Zeit gedauert, aber mittlerweile sind wir sehr stolz drauf, weil das eben Tools sind, die, wie gesagt, wieder eigene Talks hätten sein können. Gestern gab es, nee, vorgestern gab es einen Talk zu OpenZFS, eine Replikationslösung. Wir haben uns vorhin mit dem Maintainer unterhalten und da ist sehr viel gemeinsamer Boden an der Stelle. Da können wir uns gerne weiterentwickeln. Also OpenZFS ist so mittlerweile das Killer-Feature für uns mittlerweile, weil viele Leute halt von der Oracle-Schiene nicht mehr so begeistert sind, so wie die ihre Systeme fahren. Und wir haben relativ große Abwanderung von alten Solaris-Admins, die halt gesagt haben, ach, bei euch läuft das sogar relativ gut, dieses OpenZFS. Und ihr entwickelt natürlich auch mit weiter. Da habe ich nochmal eine eigene Folie dazu. Also da ist sehr viel Integration auch von anderen, von Leuten, die wir vorher nicht so auf dem Bildschirm hatten. Die kommen einfach zu uns und sagen, wir mögen das D-Trace, wir wollen das OpenZFS nicht missen und ihr habt das und das ist unser neues System. Wir haben auch eine komplette Userland und Kernel-frei, Kernel-frei, nein, wir können unser komplettes Userland, also die ganzen Userland-Utilities, die man so hat und unseren Kernel komplett ohne GCC bauen. Das hat einige Jahre gedauert, aber wir können mittlerweile alles, nicht auf allen Architekturen, muss man immer dazu sagen, aber auf 32 und 64-Bit Intel und AMD brauchen wir keinen GCC mehr. Da haben wir eigene Tools mittlerweile beziehungsweise sehr viel aus diesem LLWM- und Clang-Projekt integriert, also den Debugger und all diese Compiler, die da mit enthalten sind. Das hat sehr viel Zeit und Entwickleraufwand gekostet, aber wir sind dabei, uns demnächst GCC oder ja, diese ganze GNU-Compiler-Toolchain rauszuwerfen aus unserem System. Das hat teilweise historische Gründe, teilweise sind wir da auch ein bisschen dran gewesen, weil wir auch nicht die neueste Version des GCCs importieren können. Natürlich haben wir es in den Ports für Leute, die das haben wollen, kann man das gerne nachinstallieren, aber im Basissystem ist eben der Clang dafür verantwortlich, das System zu bauen. Dann haben wir eine schöne Emulationsschicht, das heißt, wenn jemand seine Linux-Binaries gerne weiterverwenden möchte, kann er das bei uns gerne tun. Die müssen nicht neu kompiliert werden oder sonst wie ausgestattet werden, sondern die können eins zu eins durch diese Emulationsschicht weiterverwendet werden. Das heißt, wir übersetzen mehr oder weniger die System-Calls, die da passieren und wenn sozusagen ein System-Call unter Linux heißt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, sagen wir mal, der nimmt drei Parameter an, vielleicht Quelle, Ziel und irgendwelche Parameter und dann lautet der unter BSD vielleicht nicht Quelle, Ziel, Parameter, sondern Ziel, Quelle, Parameter und dann tauschen wir einfach die beiden Syscalls aus durch so eine Emulationsschicht und ich habe mir sagen lassen, dass manche Binaries unter FreeBSD sogar schneller laufen als unter Linux. Das hängt aber an vielen Faktoren, das ist auch kein allgemeingültiger Aussage, das muss man immer von Mal zu Mal unterscheiden, aber es ist möglich, wenn man bestimmte Software lieb gewonnen hat, die es unter FreeBSD nicht gibt, dann kann man die gern von Linux übernehmen und durch den Linux Relator laufen lassen. Dann haben wir natürlich viele andere Sachen, die wir im Projekt natürlich auch anbieten, um unsere Community und Entwickler zusammenzuhalten, also vom Wiki übers Forum gibt es auch wieder sehr viele Fragen- und Antwortmöglichkeiten. Baczilla haben wir mittlerweile, Gott sei Dank. Fabricator ist vielleicht nicht so bekannt, ist ein Code-Review-Tool, also wir sind mittlerweile sehr stark mit Code-Reviews unterwegs, das heißt, wenn jemand neue Entwicklungen oder einen neuen Patch reinbringt, dann wird er erstmal durch den Fabricator an andere oder an die Unterprojekte, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neues Subsystem im Kernel einbaue, dann wird das auf jeden Fall in den Fabricator eingestellt und dann können Leute dazu Kommentare angeben zu bestimmten Code-Zeilen und dann ist meistens nach so einem Review-Zyklus gibt es sehr viele Kommentare, auch gute Kommentare, also da wird jetzt nicht der Code total niedergemacht, manchmal auch, aber es sind sehr viele konstruktive Kritikpunkte drin und hinterher, man merkt die Code-Qualität, die dann hinterher committed wird, die ist einfach viel größer, weil drei, vier, fünf Augen auf jeden Fall Kommentare schon abgegeben haben und Verbesserungsvorschläge und dann merkt man halt, ach, natürlich hat man diese eine Sache nicht gedacht oder, ja, der hat natürlich nochmal einen anderen Blickwinkel auf dieses Subsystem, auf jeden Fall ist durch so einen Review-Prozess gewährleistet, dass mehr Leute, bevor der Patch überhaupt committed wird, Feedback einpflegen. Das ist auf jeden Fall eine große Hilfe und wir haben gemerkt, dass es zwar ein bisschen langsamer ist dadurch, aber das, was committed wird, hat auf jeden Fall eine wesentlich höhere Qualität insgesamt. Jenkins, wir haben eine große Entwicklungsumgebung mittlerweile, wir haben auch verschiedene Architekturen und die müssen natürlich auch alle getestet werden und natürlich auch geschaut, dass jedes Feature, das da gerade committed wird, auch nicht nur Broughts, sondern auch entsprechend neue Features auf allen Plattformen funktionieren, weil die meisten Entwickler haben halt nicht alle Architekturen dieser Welt zu Hause stehen und durch das Fabricator oder das Jenkins wird das einfach gemacht, auf verschiedene Architekturen zu testen, die man vielleicht nicht gerade zu Hause im Serverschränkchen hat. Natürlich geht viel auch über Mailinglisten, Diskussionen und IRC ist natürlich auch die Hauptquelle für Diskussionen in Real-Time. So, das ist die eigene Folie über ZFS, also ich habe schon gesagt, wir haben OpenZFS bei uns integriert, es gibt ja mittlerweile zwei Versionen von ZFS, das OpenZFS und das proprietäre Solaris ZFS, was Oracle nicht zurückhält, Sachen wieder zurück zu portieren in das geschlossene Solaris, also die LZ4-Implementierung, die ist mittlerweile aus OpenZFS wieder in OpenSolaris ironischerweise zurückgewandert. Also die Hauptentwicklung, wenn man sich heute mit ZFS beschäftigt, sollte man den OpenZFS machen und nicht versuchen, bei Oracle irgendwo anzuklopfen, da wird man nichts mehr bekommen. Die CDDL unter der OpenZFS steht und die BSD-Lizenz sind sehr kompatibel, deswegen gibt es keine rechtlichen Probleme, wenn man so in den letzten, im letzten halben Jahr so gelesen hat, Ubuntu hat so ein bisschen Schwierigkeiten, die würden es gerne benutzen, aber kriegen so ein bisschen Probleme von der Software Conservancy, oder wie heißen die, Freedom Software, Software Freedom Conservancy, die sehen da rechtlich so ein bisschen Inkompatibilitäten zwischen der GPL-Lizenz und der CDDL, das gibt es bei uns einfach nicht, das haben wir an der Stelle nicht und deswegen sind vielleicht viele Leute auch eher gewillt, ein Freenas zu betreiben zu Hause oder für die Firma, weil sie dann auch nicht plötzlich Angst haben müssen, dass der Rechtsanwalt von irgendeiner großen Firma plötzlich mal vor der Tür steht und sagt, das wird selber so nicht benutzen. Und wir sind natürlich auch nicht nur Nutzer, sondern auch eben Weiterentwickler von FreeBSD und dem OpenZFS-Bereich, also wir sind sehr stark mit denen verbandelt, wir sind auf deren Entwicklertreffen, wir haben nicht nur, wir steuern nicht nur Patche bei, erstens um es auch leistungsfähiger zu machen, sondern auch eben produktreifer zu machen. Und das ist an vielen Stellen ein wunderbares Austauschen, also eine bessere Community-übergreifende Arbeit kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Boot Environments, ist das bekannt? Dann gehe ich nämlich drüber weg. Also Boot Environments ist eine Sache, die auch aus Solaris zurückkommt. Ich kann quasi, wenn ich ein System-Update vorhabe oder eine größere Software-Installation, ein Upgrade ansteht, dann erstelle ich vorher ein Boot Environment, dann spiele ich das Update ein und wie das halt immer so ist, es klappt halt irgendwas nicht, irgendwas ist zerschossen, ich kann nicht mehr auf meine Binaries zugreifen oder Perm ist kaputt, ich kann mich nicht mehr anmelden und dann kann ich durch diese Boot Environments gewährleisten, dass ich aus meinem Bootloader mir ein altes Boot Environment lade und das hat genau diesen Zustand, bevor dieses System-Upgrade eingespielt wurde. Das heißt, ich nehme diesen ganzen Upgrade-Zyklen so ein bisschen die Gefahr, weil ich immer eine Möglichkeit habe, zurückzuspringen zu einem vorherigen Stand. Das hat den Vorteil, dass ich relativ gut schlafe mittlerweile als System-Administrator. Auf der anderen Seite kann man auch Entwicklungen damit treiben. Ich kann ja mal so ein neues Kernel-Feature ausprobieren, mache mir vorher ein Boot Environment, lade dieses Boot Environment, teste dann mein neues Feature und dann, wenn es schief geht, wunderbar, springe ich zurück auf meine Hauptbenutzeroberfläche, also durch ein anderes Boot Environment. Oder ich bringe das in diesem Boot Environment sozusagen zur Produktionsreife und kann das dann auch wieder committen und setze dann das Boot Environment wieder zurück, um wieder einen frischen Entwicklungsrechner zu haben. Also das sind unheimlich tolle Umgebungen und die man sich damit aufbauen kann und das ist einfach durch ZFS und die Snapshots einfach sehr schön geregelt und dieses Boot Environment bindet es quasi in den Loader mit ein und kann dann während dem Booten auch schon auswählen, was soll ich denn jetzt gerade starten. Dann gibt es immer so schöne Sachen, wenn man sozusagen mit dem Laptop unterwegs ist und der geht verloren, sollte man den natürlich verschlüsselt haben und da gibt es halt immer so eine blöde Sache, man braucht immer so eine unverschlüsselte Partition, wo halt dieser Schlüssel drin liegt. Das war vorher so, mittlerweile haben wir das so gelöst, dass das Teil des Bootloaders ist. Das heißt, sobald das System hochfährt, fragt er sofort, wie ist die Passphrase und die Passphrase liegt nicht auf einem unverschlüsselten Mini-Partitionsding, sondern es ist auch in dieses Geli Encrypted Boot eingebaut. Das haben wir auch durch längere Entwicklungsarbeit hingekriegt und da sind wir auch recht stolz drauf, weil es sowohl für BIOS-Partitionen geht, als auch für EFI-Systeme mittlerweile funktioniert. Also das sind alles schöne Entwicklungen und wir sind da auch weiterhin daran interessiert, OpenZFS weiter zu unterstützen, weil es halt eben auch ein bisschen bei unserem Steckenpferd geworden ist. Ja, die FS-Tab ist mittlerweile auf manchen Systemen sehr, sehr leer. Man muss sie immer noch anlegen, die ist zwar empty, aber der Rest macht alles ZFS, also neue Partitionen reinhängen und all diese schönen Dinge und was brauche ich in der FS-Tab noch? Da steht nichts mehr drin. So, FreeBSD ist auch sehr groß im Virtualisierungsumfeld, also in den Ports kann man sich verschiedene Virtualisierer installieren und da ist so ziemlich alles drin, was man kennt und liebt, also von der Virtualbox über Xen, da wird demnächst auch ein Handbuchkapitel dazu entstehen. Vielleicht noch dieses Wochenende. Hint, hint. Und dann gibt es natürlich Container. Wir hören immer so ein bisschen, ja, Container sind mit dem Docker groß geworden. Das stimmt leider nicht, weil wir hatten Jails, die das Gleiche eigentlich machen, diese Prozessisolation seit dem Jahr 2000 und wir haben uns dann immer so ein bisschen gefragt, wo dann der Hype herkommt, weil man hätte das seit 17 Jahren einsetzen können. Und die Jails sind das eben dieses Konzept, was daraus entwickelt worden ist. Also wir sind da eigentlich schon sehr lange dabei, das heißt Jails, ich lasse irgendeine Anwendung laufen, vielleicht auf einem Webserver oder so und will sicher sein, dass wenn da eingebrochen wird oder das irgendwie geroutet wird, dass dann trotzdem der Einbrecher nicht mein Hauptsystem übernimmt, sondern dass der eben nur in dieser einzelne Jail geworfen wird und da nichts machen kann, weil da nicht viel installiert ist oder überhaupt keine Rechte vorhanden sind. Wir haben ein recht gutes Verhältnis auch zu Microsoft, die viel mit Hyper-V-Support machen und ihrer Azure Cloud und da kann auch FreeBSD drin betrieben werden. Und wir haben sogar einen eigenen kleinen Hypervisor, der mittlerweile sogar sehr mächtig ist, nennt sich Beehive, der BSD-Hypervisor und es gibt auch einen Port für macOS 10, der nennt sich dann X-Hive und den kann man einfach mal betreiben, wenn man nicht mehr so diese großen Virtualisierungslösungen wie Virtualbox oder so betreiben will, dann kann man sich so einen kleinen Beehive installieren und dann hat man da auch so eine kleine virtuelle Maschine auf seinem macOS oder auf seinem FreeBSD. So, dann sind wir natürlich auch sehr groß im Netzwerkbereich, das hängt natürlich auch mal davon ab, wie so die Entwickler, was die so für Kerngebiete haben, aber wir haben mittlerweile einen sehr, sehr guten TCP-IP-Stack und wir sind auch mit eines der ersten Systeme gewesen, das einen IPv6-Only-Stack hat. Das heißt, es gab vor ein paar Jahren so einen IPv6-Day, wo dann die Leute wirklich mal, jetzt mal Butterbeide-Fische kommt mal auf die IPv6-Schiene und haben gesagt, ja, wir machen mal eine Distribution, die nur IPv6 spricht und keine IPv4. Das hatte den schönen Effekt, dass wir gemerkt haben, dass manche Sachen überhaupt nicht mit IPv6 direkt funktionieren, zum Beispiel manche Keyserver mit PGP, da gibt es keinen, der mit TCP-IPv6 spricht. Schön. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber an so Stellen kann man dann merken, wie weit die IPv6-Implementierung dann fortgeschritten ist bei manchen Providern und das ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie weit man denn kommt mit einem IPv6-System. Dann sind wir in einer Forschungsplattform für modulare TCP-Congestion-Control- Algorithms. Das ist teilweise universitätsgesteuert, die halt dann ihre Forschungsergebnisse uns beitragen. Also man kann zum Beispiel in Netzwerken, wo sehr viel los ist und wo auch teilweise sehr viel Verstopfung, sag ich schon, stattfindet, die kann an der Stelle durch verschiedene Algorithmen, die man dem TCP-Stack hinzufügen kann, auch dynamisch zur Laufzeit, kann man die austauschen durch ein Kernel-Modul. Dann kann man zum Beispiel sorgen, dass der Traffic sich dann ein bisschen mehr beruhigt, auch gerade bei Konferenzen wie hier, wo wahrscheinlich sehr viel los ist. Dann haben wir ein System, das nennt sich NetMap. Das ist ein High-Performance-Direct-to-Hardware-Packet-IO. Und zwar ist es so, dass wenn man heutzutage den ganzen Weg von IO, vom Kernel hoch durch sämtliche Schichten, die da so durchlaufen werden, bis unter an die Hardware, wenn es mal in die Netzwerkkarte landet, dass man da unheimlich viele Schichten durchlaufen muss und das natürlich Zeit kostet und erstens Overhead erzeugt und durch dieses NetMap ist es quasi gewährleistet, dass man nicht diese ganzen Schichten durch den Kernel durchlaufen muss, sondern man direkt mit der Hardware die Packets rausschicken kann. Also das ist eine sehr, sehr tolle Entwicklung und wir können da viele Leute auch glücklich machen, die wirklich im High-Performance-Netzwerk-Bereich da arbeiten müssen, auch teilweise. Dann ist IPsec standardmäßig aktiviert, das ist auch mittlerweile, wird wahrscheinlich demnächst auch in die Stable-Distribution reinwandern und wir haben eine, die ist schon ein paar Jahre alt, das könnte letztes Jahr gewesen sein, eine Send-File- Implementierung. Hier unten ist der Block-Entry, wenn man schon liest, Nginx und Netflix mit FreeBSD, das heißt wir haben ein Send-File, das in beiden Firmen benötigt wird und die zwei Firmen haben gesagt, ja, wir arbeiten an der Stelle zusammen, weil Netflix halt eben ein paar Videos ausliefern muss in Stoßzeiten, wenn jetzt nächste Woche hier Frank Underwood wieder losgeht, dann wird es sicher bei Netflix die Möglichkeit geben, viele Pakete über das Netz zu leisten, indem eben Nginx und an der Stelle Send-File-Implementierung zusammengefunden haben und wir, so ein Bild, das ist jetzt aus einer Konferenz, sie ist nicht von uns, sondern Netflix hat gesagt, das ist aktuell unser Stand der Dinge, eine einzige Maschine bei denen, kann bis zu 89 Gigabits pro Sekunde über die Leitung jagen, bei einer 15% CPU idle und das ist ein hervorragendes Ergebnis. Da oben steht auch irgendwo die URL oder wie auch immer der Hostname da heißt, aber das ist ein hervorragendes Ergebnis und daraus bin ich recht stolz und das ist natürlich nicht nur Netflix-Entwicklung, sondern auch teilweise Entwicklung von uns und viele Sachen sind dann wieder zurückgewandert in unsere Entwicklungsbäume. So, jetzt aber mal so ein bisschen, welche Firmen nutzen denn FreeBSD? Das ist, da sind ein paar Bekannte dabei, manche vielleicht nicht so bekannt. WhatsApp zum Beispiel, naja, das ist auf jeden Fall bekannt, aber dass es in der FreeBSD läuft, ist vielleicht nicht so bekannt. Jan Kohn, der das entwickelt hat und dann zu Facebook gegangen ist, der hat das damals mit FreeBSD auch als so klassisches Studentenprojekt entwickelt und das war deren Steckenpferd und damit sind sie quasi groß geworden. Oder wenn man heute so die Playstations anguckt, die benutzen auch, also die Playstation 3 auf jeden Fall und die Playstation 4 auch und wir haben auch schon bestimmte Sachen in der Nintendo Switch gesehen, da sind wir noch nicht so ganz sicher, wie weit das die Integration getrieben haben, aber da finden wir auch teilweise Kommentare und BSD-Lizenz-Hinweise in den Credits, wenn wir mal sowas angucken. Ich meine, es gibt nichts langweiligeres, als in der neuen Spielkonsole gleich mal in die Credits zu gehen, aber man guckt ja gern mal rein und man findet sich dann wieder oder manche Entwicklernamen sind dann da verewigt. Das ist eine interessante Sache. So, jetzt geht es mehr so um die Community, also es war jetzt mehr so ein Überblick, was machen wir so im technischen Bereich und jetzt geht es wirklich so um die Community-Arbeit. Hier ist so ein Überblick, wie ist denn das Projekt überhaupt aufgebaut, wie arbeiten wir so tagtäglich. Also es gibt verschiedene Teams, zentral dazu ist das Core-Team. Das Core-Team ist so ein bisschen das Steering-Komitee, das das Ganze so ein bisschen in den Händen hält und dann gibt es natürlich die Committer, die so den Hauptteil der Beitragenden, also das sind diejenigen, die wirklich auch Änderungen am Quellbau machen können. Die sind unterteilt in Source-Ports und Doc, also Source sind so die ganzen Kernel-Quellen und die Libraries und alles, was da so dazugehört. Ports hatte ich vorhin schon angekündigt, dass da relativ viele Leute unterwegs sind und das sind die, die quasi die Software portieren auf unsere Systeme. Da an die Documentation-Leute, das ist ein bisschen weniger, da nicht zu knapp, wird auch viel gemacht am Handbuch und an den Man-Pages und natürlich auch Übersetzer sind dabei und all diese Leute, die wirklich dafür sorgen, dass es auch, dass es ein System gibt, dass es zwar benutzbar ist, sondern dass man auch eine Doku hat, die man lesen kann und die verständlich ist. Dann gibt es viele, die nur ab und zu mal beitragen, die einfach ein Patch schicken, die einfach mal sagen, hier könnt ihr vielleicht diese Software hier verwenden, habt ihr da Interesse dran oder wollt ihr diesen Patch haben, der löst diese Edge-Cases sozusagen. Also da haben wir auch immer sehr viele Sachen, die einfach mal auftauchen und dann uns einfach zur Verfügung gestellt werden, da sind wir auch sehr dankbar. Und es gibt natürlich auch manche, die halt das Glück haben, von der Firma bezahlt zu werden und da eine Softwareentwicklung zu machen, die uns direkt zur Güte kommt. Also Treiber und solche Sachen für Wi-Fi-Karten und Grafik, das ist alles darauf aufbauend. Und natürlich eine große Community, die wahrscheinlich wesentlich größer ist, als man das je erdenken könnte, die Anwender und die Benutzer. Viele auch sehr glücklich und melden sich niemals. Also wir hatten auf der Fostem im Februar, da hatten wir so einen kleinen Freebase-D-Tisch und dann kamen so Leute her, ja toll, dass ihr da mal da seid. Ich benutze euch schon 14 Jahre und das Ding läuft halt bei uns im Server-Räumchen und muss nie irgendwie da was machen, weil das läuft einfach vor sich hin. Dann besteht das Freebase-D-Core-Team. Das geht jetzt ein bisschen darum, wie ist das Projekt aufgebaut. Das Core-Team ist quasi ein gewähltes Team. Das heißt, alle zwei Jahre veranstalten wir eine Wahl, weil irgendwie so Demokratie und so haben wir dann schon irgendwie anders verstanden, als nur jemanden an der Spitze zu haben, der allen vorgibt, wie das Projekt zu laufen hat. Das heißt, wenn mir die Nase von dem jeweiligen nicht gefällt, dann kann ich den nach zwei Jahren austauschen oder mich selber zur Wahl stellen. Und da haben wir bestimmte Regeln etabliert, um das zu machen. Das habe ich hier so ein bisschen versucht, grafisch darzustellen. Das ist mir vielleicht nicht so gelungen. Man hat quasi, wenn es wieder Zeit wird, alle zwei Jahre zu wählen. Dann wählt das Core-Team erstmal, er nennt es jemanden, einen Wahlleiter, der natürlich selber nicht an der Wahl teilnimmt. Und dann eröffnet er das zwei Jahre alte Wahlsystem, weil mittlerweile macht niemand was mit diesem Wahlsystem. Er muss erstmal wieder gucken, ob das wieder läuft und alles wieder am Laufen ist. Und dann verteilt er einfach Zugangsdaten. Dann kriegt jeder Committer quasi eine personalisierte E-Mail mit einem Passwort drin. Und dann gibt es bestimmte Committer, die sich halt dann zur Verfügung stellen. Manchmal sind es wiederkehrende Leute aus dem bestehenden Core-Team. Dann ist auch wieder neue Leute dabei. Oder manche Leute steigen aus aus dem Core-Team, weil es mittlerweile zu viel geworden ist oder die Interessen woanders hingewandert sind. Und dann geht quasi so eine vierwöchige Wahlperiode los, damit auch wirklich die Leute, die im Urlaub sind, Zeit haben, da zu wählen. Und dann kann jeder quasi bis zu neun Stimmen vergeben an die Leute, die sich eben aufgestellt haben. Und irgendwann steht dann auch das Ergebnis fest. Und dann werden sozusagen die Top-9-Leute, die da gewählt wurden, dann auch angekündigt und das Ergebnis verkündet. Und innerhalb von ungefähr zwei Wochen, bis dann so eine Übergabe stattgefunden hat, altes Core-Team, neues Core-Team, ist das neue Core-Team dann im Amt. Und dann können die sozusagen die neuen Entscheidungen treffen. Jetzt gehe ich noch so ein bisschen darauf ein, wie funktioniert so das ganze Mentoring im FreeBSD-System. Also wie kann man, wie kommt man in das Projekt überhaupt rein? Weil wir festgestellt haben, die Leute haben manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, mit diesem ganzen großen, gewachsenen Projekt so zur Rande zu kommen. Deswegen haben wir einen Mentoring-Prozess. Das heißt, jemand wird nicht komplett ins kalt Wasser geworfen, sondern wir haben jemanden, der schon längere Zeit bei dem Projekt dabei ist und der führt einem so ein bisschen durch die ersten paar unsicheren Schritte, die ersten Commits machen und dann so ein bisschen schauen, ja, wie kommt man mit seinen eigenen Code-Beiträgen voran. Das heißt, wir identifizieren irgendwie auf irgendeine Art und Weise Leute, die vielleicht für das Projekt von Vorteil wären, wenn die selber ihre Patche einstellen könnten. Und dann nehmen wir Kontakt mit denen auf und sagen, hier, jetzt sind nicht Interesse, dass du deine Patches, die du uns schon seit Jahren schickst, vielleicht selber kommittest in Zukunft, weil wir müssen das immer für dich machen und wenn du es selber machst, haben wir sozusagen den Mittelsmann entfernt. Und dann sagen die meisten ja, weil das halt Interesse ist und die Leute auch eine freebsd.org E-Mail-Adresse haben. Oh, wenn es nur das wäre. Die kriegen ja auch quasi Zugriff auf unsere Infrastruktur und auf unsere Test- und Bildsysteme, je nachdem, was sie halt dann da machen müssen. Und dann wird dieses Gesuch quasi eingereicht bei den jeweiligen Teams und beim Einverständnis kann man quasi mit diesem Mentoring beginnen. Das heißt, man nimmt jemanden wirklich an die Hand und zeigt dem wirklich die ersten paar Schritte. Wie mache ich meinen ersten Commit? Welche Systeme brauche ich, um eine bestimmte Architektur zu bauen? Oder wie baue ich das Handbuch neu? Und all diese Sachen, das wissen die Leute ja gar nicht teilweise von extern. Deswegen haben wir dieses Mentoring-Konzept, dass es wirklich jemanden gibt, der einem Bescheid gibt und der auch, sagen wir mal, wenn man einen Fehler macht, als Anfänger ist man da ja wirklich auch nicht vorgefeit, dass der dann sozusagen in die Bresche springt und sagt, ja, das hat er vielleicht falsch gemacht, aber regt euch mal ab, ich kriege das mit dem schon hin. Beim nächsten Mal macht er den Fehler einfach nicht mehr. Und dann hat man quasi auch die Sicherheit, als Neuling nicht sofort da niedergebrüllt zu werden. Und irgendwann ist diese Mentoring-Phase einfach vorbei, weil die Leute dann halt selbstsicher sind und das selbst so durchmachen und der Mentor dann einfach auch nur noch abnicken muss. Und dann können die Leute selber ihre eigenen Mentoren oder Mentees nehmen. Also es ist wirklich so ein Schneeballsystem, dass die Leute dann wirklich selber anfangen, auch das Wissen, was sie von ihrem Mentor bekommen haben und auch an andere weiterzugeben. Jetzt gehe ich noch so ein bisschen auf die Foundation ein. Die Foundation ist quasi so ein bisschen parallel zu dem Core-Team. Natürlich haben wir überlappende Mitglieder. Also ich bin sowohl im Core-Team als auch in der Foundation tätig. Aber die sind eigentlich nicht diejenigen, die das Projekt mehr oder weniger steuern, sondern das ist weiterhin im Core-Team. Die Foundation ist dazu da, das Projekt zu unterstützen. Das heißt, durch bestimmte Spenden können bestimmte Bildmaschinen angeschafft werden oder das sind so einfache Sachen wie wem gehört denn eigentlich die Webseite freebsd.org? Da muss ja irgendeine rechtliche Person dahinter stehen, weil wenn da mal was passiert, muss halt irgendjemand den Kopf für hinhalten. Das ist eigentlich ein Projekt oder ein Problem, das jedes Projekt hat. Wer ist denn am Schluss derjenige, der dann mal so rechtliche Sachen unter sich vereint? Und das haben wir halt an diese Foundation gegeben, weil die nicht nur dann auch personell das unterstützen können, sondern sich dann auch eben mal rechtlich beraten lassen können und auch für das Projekt dann bestimmte Verträge abschließen können oder die Marke freebsd zu schützen oder gegen. Es gibt manche Pizzerien, die nichts Blöderes finden, als diesen Beastie Damon für ihre, keine Ahnung, Jalapeno-Pizza zu verwenden, weil die besonders feurig ist. Und dann gibt es halt bestimmte Leute, die nichts Blöderes finden, als halt diesen Damon zu verwenden und auf ihre Speisekarten oder sogar auf ihren Laden obendrauf zu klaren und da müssen wir halt dann unser Markenzeichen auch irgendwo schützen. Und das kann nicht irgendein Entwickler machen, der vielleicht mit Code beauftragt ist, sondern da sollten schon Leute, die sich auch in diesen rechtlichen Dingen auskennen. Also es sind manchmal teilweise abstruse Sachen. Wir kriegen dann auch manchmal verrückte Anfragen, so nach dem Motto, ja es gibt doch so coole neue Domains jetzt und da gibt es doch jetzt hier .foundation. Ich habe mal freebsd.foundation für euch reserviert. Vielen Dank. Kostet euch nur 5000 US-Dollar. Äh, nee, wollen wir nicht. Kannst du behalten, weil haben wir denen nicht einen Auftrag zugegeben? Also man kriegt teilweise etwas abstruse Anfragen, weil halt die Leute merken, dass irgendwie Geld bei einer Stiftung, da könnte man vielleicht was abzwacken, aber da sind wir dann schon gefeit davor. Ähm, hier ist noch so ein bisschen die Struktur. Also wir haben Executive Director oder ähm, die Executive Director, die mittlerweile so das Tagesgeschäft führt. Das heißt, wir haben auch ein Büro mittlerweile in Boulder, Colorado und die macht so das tagtägliche, die bereitet auch die ähm, die Board-Meetings vor und wir sind eigentlich alle ehrenamtlich da tätig. Nur diese Executive Director sind quasi bezahlt. Wir haben auch Angestellte mittlerweile, weil wir halt auch ein bisschen äh, große, dankbare Spenden bekommen haben und für die wir dann sozusagen auch eine bestimmte Entwicklungsarbeit leisten können. Also wir können bestimmte Features entwickeln lassen, wir können äh, Marketing Director bezahlen, um zum Beispiel auch Veranstaltungen äh, mit Flyern zu versorgen oder mit Stickern und sonstigen Goodies. Äh, wir unterstützen Entwickler von FreeBSD durch Travel Grants, wenn die auf eine Konferenz wollen, die werden dann ähm, finanziell unterstützt, wenn die vielleicht nicht so, sagen wir mal, das Hotel vielleicht nicht zahlen können oder der Flug zu teuer ist, dann äh, beteiligen wir uns da, wenn die das entsprechend äh, verargumentieren können. Wir können NDAs aushandeln. Wir haben zum Beispiel jetzt eine große Partnerschaft mit Intel geschaffen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche jemanden eingestellt, der sozusagen das Bindeglied zwischen Intel und der Foundation ist und der quasi so diese Partnerschaft ähm, begleiten soll als Person, der wirklich nur für diesen Bereich zuständig ist, weil sonst werden wir quasi nur noch mit dieser Sache beschäftigt. Äh, bezahlte Entwicklungsprojekte hatte ich schon erwähnt und dann gibt es natürlich auch rechtliche Unterstützung und Beratung, wenn jetzt ein Entwickler ein neues ähm, Datasheet äh bekommt von irgendeiner Firma, dann ist das natürlich immer unter NDA und natürlich darf der diesen Treiber entwickeln, nur wenn er vorher was unterschreibt. Und das sozusagen handeln wir mit den Firmen aus und dann müssen sich die Entwickler nicht mit diesen ganzen rechtlichen Sachen befassen, sondern das können wir quasi für die als Proxy übernehmen. Äh, wir bringen auch ein bisschen Material raus. Also es gibt ein zweimonatliches, äh, FreeBSD Journal, das erscheint. Ähm, das kostet auch ein bisschen was, beziehungsweise mittlerweile sind die älteren Editionen auch frei verfügbar. Die kann man unter der URL da oben downloaden, entweder im Browser oder eben auf dem entsprechenden Store, den man so verwendet auf seinem geliebten Gerät. Und da sind Artikel drin von Entwicklern, aber auch von Firmen, die FreeBSD einsetzen. Auch, ähm, manchmal ein How-To oder ein größeres Setup, wenn man bestimmte Sachen damit laufen kriegt. Also es sind eigentlich immer sehr, äh, praktische industrielle Tipps dabei und, ähm, wird auch immer sehr gern gelesen. Also wir haben mittlerweile, da haben wir, wir haben eigentlich jemanden an der Hand, der diese ganze Magazinentwicklung macht. Also wir müssen nicht selber da so ein Magazin erstellen mit dem Layout und so, sondern das machen die alles für uns. Und die haben uns gesagt, das Wichtigste beim Magazin ist eigentlich die Subscription-Rate. Das heißt, wie viele Leute, ähm, abonnieren das denn? Und wie viele haben das denn, ähm, auf ihrer Dauer, ähm, Liste? Und die hat uns quasi gesagt, das ist unglaublich, wie viele Leute dieses Journal abonnieren. Das ist eigentlich in der Magazinwelt ungewöhnlich, dass so viele Leute dieses Journal so abonniert haben in dieser Mengen- oder Größenordnung. Also da sind wir eigentlich auch sehr ein bisschen stolz drauf, weil das ist so ein bisschen auch Community getrieben und wir müssen die Leute finden, den nachjagen, kannst du mal einen Artikel schreiben. Aber eigentlich ist das immer sehr schön, weil dann auch so ein bisschen industrielles Wissen da drin verankert ist. Dann war mal so auf einer Mailing-Liste vor vielen Jahren der Aufruf immer wieder, ja, wir wollen auch eine Zertifizierung haben, dass ich meine Systemkenntnisse mit diesem System auch ausstellen kann. Und das ist, ähm, mittlerweile auch gelungen. Wir haben eine Zertifizierungsgruppe gegründet als Non-Profit und die hält quasi diesen Zertifizierungsstandard aufrecht. Das heißt, wir kümmern uns nicht nur darum, dass, naja, wie man das immer so kennt, wenn man nicht, wenn man unsicher ist, ist immer die Frage C richtig von vier Aufgaben. Da wird auch darauf geachtet, dass das durchgemischt ist und dass nicht jeder die gleichen Fragen bekommt und all diese Sachen, dass das wirklich Hand und Fuß hat. Und es gibt dann bei Events, könnte man hier eigentlich auch machen, dass es quasi einen Proktor gibt, der dann mal anderthalb Stunden in so einem Raum so eine Prüfung, die auf dem Papier basiert ist, durchführt und dann einfach die Leute bei Aufsicht und hinterher diese Bögen einscannt und dann das Ergebnis quasi den Leuten zuhört. Dann hat man ein schönes Zertifikat am Schluss. Es gibt auch eine Professional Examination, die am PC basiert ist. Das ist natürlich ein bisschen mehr Setup-Aufwand mit verbunden, aber wir können dadurch auch bestimmte Zielsysteme, also die Certification, die BSD Associate Certification geht über die drei großen Free-BSD-Systeme und die BSD Professional geht quasi gezielt auf einzelne Systeme. Also ich kann BSD Professional sein im Open-BSD, im Free-BSD oder im Net-BSD und das kann man sich dann individuell zusammenstellen. Dann gibt es eine ganze Menge Konferenzen und Veranstaltungen. Wir haben eigentlich drei große Free-BSD-spezifische oder BSD im generellen Veranstaltung. Asia BSD Con, die war jetzt wieder in Tokio, in Japan, in Japan. Ein sehr tolles Land, gerade im Technologiebereich, sollte man auf jeden Fall mal mitgemacht haben. BSD Can, ich steige nächste Woche wieder in den Flieger und Europe BSD Con, das wechselt immer so jedes Land. Einmal im Jahr gibt es eine wechselnde Konferenz. Dieses Jahr sind Paris, das ist sehr populär jetzt schon und da ist jetzt gerade der Call for Papers zu Ende gegangen und der Schedule veröffentlicht worden. Also wer da vielleicht Interesse hat, mal über so eine Konferenz mal reinzuschnuppern in die BSD Community, der kann da sich gerne mal nach umschauen. Dann gibt es verschiedene Open-Source-Veranstaltungen in den USA, die sind natürlich da sehr groß, in Europa auch. Ich versuche auch möglichst viele von diesen zu gehen in Europa, weil ich so ein bisschen Europa unter meiner Fuchtel habe, aber ich bin auch nur eine einzige Person. Ich versuche immer, andere Leute noch mitzubewegen, entweder auf andere Veranstaltungen zu gehen. Das sieht zum Beispiel komplett neu für mich auch und ist aber genau eigentlich die Zielgruppe, weil wir wollen, dass mehr Leute teilnehmen, dass die Leute ihre Skills da einbringen und wenn es nur ein kleiner Patch ist, der da eingepflegt wird oder aus einem kleinen Patch kann sehr viel werden. Also ich habe auch vor ein paar Jahren mit einem kleinen Patch angefangen und ich bin heute, ja, heute stehe ich hier und habe ein bisschen mehr zu tun als vor ein paar Jahren noch. Aber es ist eine unheimlich tolle Community, die Leute sind sehr hilfreich und aufgeschlossen und man wird nicht so gleich niedergemacht, wenn man auch mal eine blöde Frage stellt. Also für mich hat es sehr viel Reiz davon, dass man in der Community auch dann aufgehoben wird und dass dein eigener Beitrag auch zählt. Dann habe ich ein mittlerweile seit März, glaube ich, wir haben einen Videopodcast, der nennt sich bsdnow.tv. Den hat Alan Jude gegründet. Von Jupiter Broadcasting wird er gehostet und dann haben wir quasi so einen wöchentlichen News-Beitrag quasi, was denn so in der BSD-Welt passiert ist in dieser Woche. Und da gehen wir quasi so ein bisschen drüber, lesen das vor und sprechen das so ein bisschen. Dann haben wir Interviews manchmal, wenn uns die Leute dafür bereit erklären. Und da gibt es eine große Feedbacks und Question-Abteilung am Schluss. Das heißt, die Leute schicken uns Fragen ein zu FreeBSD, zu anderen BSD-Systemen, zu ZFS, auch ganz viel. Und dann beantworten die wir die quasi live in der Show. Die findet man Mittwochabends, ist die Aufzeichnung. Da seht ihr mich quasi in meinem Livingroom quasi und Alan an seinem Rechner sitzen. Und dann ist die, nachdem wir die aufgezeichnet haben, ist die so Donnerstag, Nachmittag, Freitag, Morgens dann auch auf YouTube verfügbar. Also wer jetzt nicht genug von mir bekommen will, kann sich das jede Woche geben. Die meisten Leute gucken sich das auch gar nicht als Video an, sondern die nehmen das immer nur so als Audio-Podcast und nehmen das quasi so für die lange Fahrt auf die Arbeit mit oder freitags in den Urlaub oder wo auch immer hin das geht. Das ist so das Feedback, was wir bekommen haben. So, nochmal zusammengefasst. Es ist eine ganze Menge Holz, ich weiß, aber es ist halt auch ein großes System. Wie gesagt, es ist ein komplettes Betriebssystem. Es ist das einzige, wenn ihr nichts mitnehmt, dann nehmt dieses mit. Es ist ein komplett vollständiges Betriebssystem. Aus einer Hand die gleichen Leute, die den Kernel schreiben, machen auch die User-Land-Geschichten. Wir haben kein System-D. Haben wir nicht, brauchen wir nicht und haben vielleicht eine eigene Lösung dafür. Momentan benutzen wir das alte RC-System. Funktioniert auch für das, was wir damit machen. RMRF minus Slash funktioniert auch nicht mehr. Haben wir auch mittlerweile abgeklemmt. Da kommt einfach eine Fehlermeldung und man kann dann andere Möglichkeiten finden, sein System zu ruinieren. Wir haben ganz eigene, sehr interessante Features, die auch im Handbuch dokumentiert sind. Eigentlich könnte man zu jedem einen eigenen Talk geben und das gibt es auch auf den BSD-Konferenzen natürlich und da kann man sich gerne mal einlesen im Handbuch. Die Lizenz ermöglicht die Integration von Code anderer Projekte. Das heißt, es gibt einen regen Austausch. Wir sind da auch immer gerne bereit, Patches, die wir haben, um irgendwelche Features oder Sachen zu fixen, die wieder upstream zu geben. Und so kommen wir eigentlich ganz gut mit den anderen Projekten aus und wir sind eigentlich immer so ein guter Network-Neighbor mit anderen Systemen im Netzwerk. Es wird auch als Forschungsplattform verwendet für viele Entwicklungsprojekte und natürlich bauen Leute ihre Produkte darauf auf, die Free-Nasis dieser Welt oder die Desktop-Distribution, TrueOS zum Beispiel. Also all das kann man gut als Basis für ein eigenes Entwicklungsprojekt nehmen. Man muss nichts bezahlen. Wie gesagt, die Lizenz ist da sehr freigiebig und man kann einfach mal starten dieser Produktbasis. Wie gesagt, es gibt eine freundliche und offene Community. Wir sind eigentlich sehr daran interessiert, viele Neulinge auch in das Projekt mit reinzunehmen und die ein bisschen zu begleiten, nicht nur durch das Mentoring, sondern wir sehen halt auch, wir haben viele Altgediente, die mittlerweile ihren Job so viele Jahre machen und auch gut machen. Aber wir merken schon so langsam, da ist so ein bisschen Verschleiß da oder die brennen einfach aus über die Zeit, weil es niemanden gibt, der irgendwie nachdruckt. Deswegen haben wir mittlerweile so eine Geschichte da drin, die nennt sich eine Head-Term-Policy. Das heißt, wenn man einen bestimmten Hut auf hat, zum Beispiel Postmaster, der sich um das Mail-System kümmert, die werden dann mit einem neuen verkuppelt. Das heißt, die kriegen den an die Seite und der zeigt denen dann so ein bisschen was, wie das läuft. Und nach einer Zeit kann man sicher sein, dass der sozusagen derjenige, der den Hut auf hat, kann man den weitergeben an den Nächsten und so verliert man nicht die Funktionalität dieses Mail-Systems oder was auch immer es ist. Und die Person, die das lange betrieben hat, kann trotzdem dann mal in den wohlverdienten Ruhestand oder sich mal einer anderen Sache widmen. Das heißt, die Leute sind nicht auf eine bestimmte Funktionalität festgebannt, sondern die haben immer eine Möglichkeit, auch mal wieder was anderes zu machen. Weil der Worst Case ist, die Leute brennen aus, machen dann nichts mehr, tauchen nicht mehr im Projekt auf und dann liegt das System dann nieder und keiner weiß, was der da zuletzt mit angestellt hat. Also das ist uns auch sehr wichtig, dass die Leute beim Projekt dabei bleiben, aber dass sie Spaß dabei haben und nicht plötzlich an so einer Sache ausbrennen. Ansonsten kann ich nur einladen, das auszuprobieren, reinzuschnuppern, Fragen zu stellen. Wir sind eigentlich alle recht freundlich und offen für Fragen und die können jetzt auch gerne stattfinden. Ja, danke für diesen super Vortrag. Jawohl. So, dann haben wir jetzt natürlich die Zeit schön überschritten, aber das macht gar nichts. Wir fragen, haben wir noch Zeit? Wir haben ein bisschen Puffer, ja. Wer möchte? Also mich würde mal deine Erfahrung interessieren, jemand, der sich entscheidet, jetzt dem Linux-Projekt beizutreten, also dem Linux-Kernel oder dem FreeBSD-Projekt. Liegt es so bei den Leuten, die sich für das eine oder das andere entscheiden, eher an technischen Erwägungen oder liegt es vielleicht eher am Mindset? Und falls es eher am Mindset liegt, was sind denn dann so die Unterschiede im Mindset? Das ist eine gute Frage. Die kommt auch sehr häufig auf Konferenzen. Ja, warum sollte ich jetzt gerade bei euch mitmachen? Ich kann nur jedem ans Herz legen, sich einfach mal in jede Community reinzuschnuppern. Das heißt, einfach mal auf den Mailinglisten passiv mitzulesen, da muss man sich ja nicht gleich anmelden. Und einfach mal so gucken, wie ist denn so die Grundstimmung? Werden denn Neulinge so behandelt? Und was passiert denn auch an technischer Diskussion? Also wird da viel hin und her geredet und die Ergebnisse niedergemacht, die der andere vielleicht vorschlägt? Oder wird da so ein konstruktiver Entwicklungsprozess getrieben, dass man sagt, ja, ach, dieser eine Aspekt, der gefällt mir vielleicht nicht so, aber den könntest du vielleicht auf die und die Art verbessern? Also, dass es wirklich so ein Engineering-Driven-Development ist und nicht nur, wo einfach böse Schimpf Wörter hin und her geworfen werden. Am Schluss niemand weiß, was jetzt Stand der Dinge ist. Das ist auch teilweise Grund, warum sich viele Communities spalten, weil es einfach Zerwürfnisse gibt zwischen bestimmten Entwicklern und dann wandert der eine Hälfte ab und dann gibt es einen Fork. Die Communities sind einfach gespalten. Man weiß nicht, zu welcher soll ich mich jetzt beitragen. Die einen sind sauer, wenn ich zur anderen gehe. Und also ich glaube, für viele ist es wichtig, sich einfach mal das anzuschauen und dann einfach eine Entscheidung zu treffen und sagen, ja, da will ich jetzt einfach mal mitmachen. Und die Leute gefallen mir, die Community-Stimmung ist gut und den Code, den ich da beitrage, der wird wertgeschätzt und der wird auch von anderen gerne angenommen und auch, ich meine, der sollte natürlich auch eine entsprechende Qualität haben. Aber auch als Neuling muss man da nicht Angst haben, dass man da sofort niedergemacht wird. Also ich glaube, das ist für viele eine unheimliche Hürde, weil sie nichts zurückkriegen oder einen positiven Feedback bekommen am Anfang. Das war bei mir zumindest so. Haben wir weitere Fragen? Wann kommt der neue Kadel raus? Gibt es eigentlich irgendwie Pläne oder, also ich bin da schon eine Weile nämlich nicht mehr drin, aber mit Dragonfly-BSD da wieder irgendwas zusammenzuführen oder ist es einfach komplett gelaufen und die sind? Es gibt interessante Entwicklungen im Dragonfly-BSD-Projekt. Also Dragonfly-BSD, für die Leute, die es nicht kennen, die haben sich mal von FreeBSD abgespalten, weil es da unterschiedliche Meinungen gab, in Hinsicht, wo sich das Projekt hin entwickeln sollte, auch im Bereich Multiprocessing. Es gibt interessante Entwicklungen im Dragonfly-BSD-Projekt, zum Beispiel das Hammer-Filesystem, das jede Änderung am Filesystem versioniert. Das ist ein bisschen anders als bei ZFS, ist aber auch ein interessanter Konzept. Ich sehe aktuell nicht viel aus der Community kommen. Entweder sind die sehr auf ihre Entwicklung fokussiert und haben halt nicht so Zeit, auf Konferenzen zu gehen. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Ich glaube jetzt aber nicht, dass die sich wieder so annähern würden, dass man das wieder verschmelzen könnte. Das ist natürlich schade auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man natürlich trotzdem Code von denen verwenden. Das ist ja nicht dadurch gegeben, dass man die jetzt komplett hassen auf alle Ewigkeiten, sondern dass man da einfach auch sich wieder zusammenfügt und sagt, an bestimmten Stellen kooperieren wir, an anderen Stellen haben wir einfach unterschiedliche Meinungen. Das ist auch in Ordnung. Und dann kocht wieder jeder sein eigenes Gulaschsüppchen. Das muss ich jetzt sagen. Das ist jetzt bei FreeBSD so, dass man da ein komplettes Basissystem hat, also Kernel, Userland und so weiter, dass das alles zusammen ist. Aber FreeBSD kann natürlich nicht alles selbst entwickeln und manche Software kommt da mit rein. Also zum Beispiel sowas wie Sendmail, gut, das kommt so aus derselben Ecke, aber ist ja prinzipiell keine FreeBSD-Software, also sowas halt wie, was weiß ich, die Shell oder so. Und wenn man jetzt so aus der Linux-Welt kommt, kennt man das halt, dass der Paketmanager die ganzen Sachen einzeln hat, weil die natürlich auch einzeln kommen und dann einzeln geupdatet werden und so. Gibt es bei FreeBSD irgendwelche Pläne, das Basissystem nicht als einen Blob zu betrachten, sondern auch entsprechend mal aufzuspalten? Ja, und zwar haben wir gerade so ein, also wir haben vor ein paar Jahren einen größeren Update in unserem Package-System gemacht, Package-NG. Wenn ihr mal Software entwickelt, nennt nie irgendeine neue Software mit NG hinten dran, weil Next Generation ist halt irgendwann Today's Generation. Und dann dieses Package-System, das ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass wir auch vorhaben oder auch sehr weit schon fortgeschritten sind, das Basissystem zu paketisieren. Das heißt, ich kann dann sagen, diese drei Komponenten will ich haben und alles andere soll nicht mit installiert werden. Packaging-Base nennt sich das. Das ist mittlerweile in einem guten Testing-Zustand, das heißt, das ist für viele Fälle schon einsetzbar. Es gibt noch so manche Edge-Cases, was passiert, wenn diese eine Komponente weginstalliert wird und reißt dann das restliche System mit sich runter. Das ist aber auch so eine Idee, die aus der Embedded-Welt kommt, wo man sagt, ich will nur diese drei Komponenten haben und nicht noch 50 andere, die ich eh wieder alle rausschmeiße. Das ist daraus geboren. Also es gibt es auf jeden Fall, diesen monolithischen Block so ein bisschen einzeln aufzuspalten. Hat natürlich dann die Nachteile, diese ganzen Abhängigkeiten mit aufzulösen. Aber das gibt es auf jeden Fall, ja. Haben wir weitere Fragen? Keiner mehr? Dann danke fürs Kommen und erst mehr Gulasch. Ja, danke. Danke. Vielen Dank.